iPhone 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro und 16 Pro, beziehungsweise das normale iPhone 16. Wir haben sie alle miteinander verglichen und finden in diesem Video heraus, welches iPhone das richtige für dich ist. Und eins kann ich euch schon jetzt sagen, dieses Jahr macht ein Blick auf die älteren Modelle so viel Sinn wie noch nie. Falls ihr also überlegt, euer etwas in die Jahre gekommenes iPhone langsam aber sicher mal zu ersetzen, dann schaut euch diesen Vergleich hier auf jeden Fall an. Zum Schluss haben wir auch noch einen wirklich guten Spartipp für euch, egal für welches Modell ihr euch entscheiden solltet. Und wir müssen jetzt wirklich mal anfangen, denn heute habe ich es irgendwie mit der Stimme, ich weiß auch nicht. Was ist denn da los? Eins vorweg, die aktuellsten iPhones, also der 16. Reihe, haben wir sowohl als Pro Edition hier, als auch in der normalen Variante. Alle anderen iPhones, die haben wir nur in der Pro Variante heute hier im Test, denn die sind in den letzten Jahren so weit im Preis gesunken und bieten einfach die bessere Ausstattung, als das alles andere keinen Sinn gemacht hätte. Und Pro sind im Übrigen auch die Cases und Displayschutzgläser von ESR, die dieses Video heute unterstützt. ESR Cases, egal ob Classic Case, das Cloud Case oder das Cyber Case, alle Hüllen sind mit MagSafe ausgestattet und jeder Magnet hält bis zu 1,4 bzw. 1,5 Kilo. Doppelt so viel Gewicht wie Apples Original-Hüllen. Und die hier sind auch nochmal deutlich günstiger. Statt mindestens 59 Euro zahlt ihr hier gerade mal so um die 20 Euro für ein Case. Und beispielsweise das Silikon-Case fühlt sich mindestens genauso gut an wie das Original, hat aber die Option, den Kameraschutz auszuklappen und dann als Standard zu verwenden. Alle Infos findet ihr in der Infobox. Der Preis spielt beim Kauf eine nicht unerhebliche Rolle, denn wenn ihr wisst, was die jeweiligen Modelle kosten, dann wisst ihr auch, was ihr euch leisten könnt. Daher hier zunächst eine Übersicht aller getesteten iPhones und den dazugehörigen besten Preis, den wir über Preisvergleichsseiten im Netz finden konnten. Und vielleicht fällt euch schon auf, die Differenzen zum nächst besseren Modell, die sind oft so gering, dass man sich schnell zum teureren Gerät verleiten lässt. Das gute alte Upselling, oder? Und ohne dass man es merkt, liegt plötzlich das teuerste iPhone im Warenkorb. Ich sag's euch jedes Mal genauso im Kino, wenn ich dann plötzlich mit einem 12 Liter Eimer Popcorn in diesem Scheiß-Sessel sitze. Daher ist das Vergleichen der Features besonders wichtig, denn jetzt gucken wir mal, ob es überhaupt notwendig ist, das nächst bessere Modell zu kaufen, auch wenn es nur 70 Euro teurer ist. Gute Nachrichten erstmal für eigentlich alle hier gezeigten Modelle. Denn seit dem iPhone 13 gibt es 120 Hertz, also sehr flüssige Darstellungen, zum Beispiel beim Scrollen von Texten, sind damit möglich. Aber wie gesagt, nur für die iPhone Pro-Modelle und daher nicht beim iPhone 16. Grundsätzlich kann man auch auf ein 120 Hertz Display verzichten, allerdings geht bei Apple eben mit dem 120 Hertz Display auch ProMotion mit einher. Ist ja klar, also die dynamische Bildwiederholrate. Und damit lässt sich dann eben auch erst ein Always-On-Display nutzen. Das gibt es seit dem iPhone 14 Pro und zeigt euch immer alle wichtigen Notificationen und die Uhrzeit an, auch wenn das iPhone einfach nur so auf dem Tisch rumliegt. Aber wie gesagt, es gibt das Always-On-Display nur für die Pro-Modelle mit einer Ausnahme, nämlich das iPhone 13 Pro. Es hat immerhin 120 Hertz und ProMotion, allerdings konnte hier die Bildwiederholrate nicht ganz so weit runtergefahren werden wie bei den neueren Modellen. Also hat es noch kein Always-On-Display. Was die Displaygröße betrifft, sind aber bis auf das iPhone 16 Pro alle Geräte 6,1 Zoll groß. Das iPhone 16 Pro ist nun auf 6,3 Zoll gewachsen. Im Alltag fallen euch da nicht großartig Unterschiede auf. Ja, im 16 Pro und Pro Max sind die Display-Ränder jetzt auch nochmal ein bisschen dünner geworden. Aber wie gesagt, im Alltag spielt das keine Rolle und sollte auch keine große Rolle in eurer Kaufentscheidung spielen. Dynamic Island, Action-Button, Camera-Control. Im Laufe der Zeit wurden die iPhones mit immer mehr Hardware-Features bestückt. Besonders beliebt ist mittlerweile die Dynamic Island und damit eigentlich die recht nervige Kamera-Aussparung, ehemals Notch, an der Oberseite. Apple hat diesen optischen Makel zum Hingucker verwandelt und intelligent in die Software integriert, sodass sich hier auch diverse Informationen abbilden lassen. Seit dem iPhone 14 Pro ist sie verbaut, deswegen muss in unserem Test lediglich das iPhone 13 Pro auf die Notch, ja genau auf die Notch, auf die Dynamic Island verzichten. Bis zum iPhone 14 Pro war dieser Klingel-Lautlosschalter hier fester Bestandteil jedes iPhones. Seit dem iPhone 15 Pro gibt es den sogenannten Action-Button. Und auch damit kann man das iPhone lautlos schalten, aber ihr könnt diese Funktion auch gegen eine andere austauschen, zum Beispiel, dass man damit die Kamera öffnet oder die Taschenlampe aktiviert. Mit dem neuesten iPhones, der 16er Reihe, könnt ihr die Kamera allerdings auch über einen neuen Button öffnen, der dann Camera-Control startet. Außerdem lässt sich über diesen Knopf ins Bild hineinzoomen oder ein Video aufnehmen. Wir haben den jetzt über mehrere Tage getestet und sind noch auf der Suche nach dem Sinn dieses Knopfes. Er ist sowohl horizontal als auch vertikal ziemlich umständlich zu erreichen, was man hier auch an meinem Daumen sieht. Und auch nicht besonders intuitiv, was sonst ja bei Apple eigentlich der Fall ist. Es wirkt fast so, als hätte Apple hier versucht, etwas besser zu machen, womit eigentlich überhaupt niemand ein Problem hatte. Also es ist eigentlich super easy über die Onscreen-Tasten, wie dieses Zoom-Rad oder auch eben der Auslöseknopf und so weiter. Das ist Onscreen einfach super simpel und eigentlich ist es nur komplizierter geworden. Vielleicht ist es Gewöhnungssache. Wir haben jetzt mehrere Tage keinen Gefallen daran gefunden, also hätte es für mich ehrlich gesagt nicht gebraucht. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, hier hat man nur versucht, ein Kaufargument zu finden. Boah! Okay, zusammengefasst, iPhone 14 Pro, 15 Pro und alle 16er kommen mit Dynamic Island. Alle Geräte ab dem iPhone 15 Pro bieten einen Action-Button. Und bei allen iPhone 16-Modellen haben wir zusätzlich noch einen Button für Camera-Control. Erwähnenswert ist auch noch, dass das iPhone 13 Pro weder über Satelliten-Notruf verfügt, noch über die Unfallerkennung im Auto. Zwar konnten wir in unserem eigenen Crash-Test vor zwei Jahren zeigen, dass die Funktion anscheinend noch nicht 100% sicher auslöst, aber dennoch ist es wahrscheinlich besser, die Unfallerkennung an Bord zu haben. Ab dem 14 Pro habt ihr beide Funktionen integriert. Was den Funktionsumfang angeht, haben wir gesehen, unterscheiden sich die iPhones schon stärker. Anders sieht es aus bei den Akkulaufzeiten. Je nachdem, wie man es sehen will, sind die alle gleich stark oder gleich schwach. Außer das iPhone 16 Pro und Pro Max. Hier hat sich tatsächlich ordentlich was getan. Hier seht ihr die von Apple angegebenen Akkulaufzeiten mal eingeblendet. Jedes iPhone hält somit bei normaler Nutzung eigentlich immer einen Tag durch. Die Erfahrung zeigt, dass vor allem so nach anderthalb bis zwei Jahren die iPhone-Akkus immer schon ordentlich schwächer werden. Das muss man leider dazu sagen. Aber das iPhone 16 Pro legt trotzdem nochmal dieses Jahr eine ordentliche Schippe drauf und hält bei Video-Streaming bis zu 27 Stunden durch. Die reale On-Screen-Time sieht im Alltag ein bisschen anders aus und wird definitiv niedriger sein. Alle vorgestellten iPhones verfügen übrigens auch über MagSafe und lassen sich somit auch mit Apples Wireless-Charging-Funktion laden, aber auch natürlich mit passendem magnetischen Zubehör von Drittanbietern. Langsam wird es dünn mit meiner Stimme, aber wir kriegen das noch zu Ende. Neu ist die verbesserte Ladegeschwindigkeit über MagSafe. Da schafft ihr jetzt mit den neuen Modellen 25 Watt über das MagSafe-Kabel. Im letzten Jahr oder in den Jahren davor waren das lediglich 15 Watt. Last but not least, USB-C gibt es seit dem iPhone 15. Was? Das war letztes Jahr der heiße Scheiß. Die Zeiten, in denen ein neuer Prozessor die Systemgeschwindigkeit deutlich verbessert hat, die sind vorbei. Im iPhone 13 Pro, also dem schwächsten Gerät in diesem Test, steckt ein A15-Prozessor. Zum Vergleich, im aktuellsten normalen iPad, also dem iPad 10, steckt sogar noch ein A14-Prozessor. Da ruckelt nichts, das funktioniert völlig problemlos. Also für Otto Normalverbraucher ist mehr nicht notwendig. Das ändert sich allerdings in Bezug auf künstliche Intelligenz, denn Apple Intelligence benötigt spezielle Anforderungen, die ältere Prozessoren nicht optimal unterstützen sollen. Jetzt aber die gute, beziehungsweise nicht so gute Nachricht. Apple Intelligence funktioniert hier gar nicht. Funny, not funny. Denn selbst wenn Apple nachträglich angekündigt hat, dass Apple Intelligence 2025 auf deutscher Sprache verfügbar sein wird, heißt das nicht, dass es hier in Deutschland auch nutzbar sein wird. Wer trotzdem die Hoffnung nicht aufgeben will, dass wir hier ab 2025 Apple Intelligence nutzen können, der braucht mindestens, zwingend ein iPhone 15 Pro. Alles darunter unterstützt kein Apple Intelligente. Die Kamera in einem Smartphone, die ist ja nicht selten das Kaufargument für viele. Und nicht erst seit den neuen Modellen ist die bei Apple auch recht zuverlässig. Schon seit dem 14 Pro gibt es 48 Megapixel integriert. Dementsprechend sind normale Fotos am Tag allesamt verblüffend ähnlich. Selbst das iPhone 13 Pro fällt hier mit dem älteren 12 Megapixel Sensor nicht negativ auf. Farben sind sehr natürlich und der Dynamikumfang gut. Neben dem Hauptsensor besteht das Kamera-Setup der Pro-Modelle aber weiterhin aus Ultraweitwinkel und Zoom. Man erkennt das iPhone also weiterhin an dem Kameradreieck auf der Rückseite. Beim iPhone 16 Pro ist jetzt allerdings neu, dass man von einem Dreifach-Zoom auf einem Fünffach-Zoom geswitcht ist. Das war ja auch schon beim iPhone 15 Pro Max der Fall. Und was das ausmacht, seht ihr hier. Denn startend mit dem Ultraweitwinkel seht ihr hier erstmal den großen Platz vorm Dom in Münster. Jetzt gehen wir hier mal einfach ein bisschen näher rein. Das hier ist die Hauptkamera. Jetzt kommt der Zweifach-Zoom und hier fällt direkt die Absurdität beim iPhone 13 Pro auf. Denn dieses hatte durch den alten 12 Megapixel-Sensor beim Zweifach-Zoom spürbare Detailverluste. Das ging so weit, dass der Dreifach-Zoom im iPhone 13 Pro schärfer aussah als der Zweifach-Zoom. Wenn wir auf alle iPhones beim Dreifach-Zoom schauen, fällt das 16 Pro eben aus der Reihe. Es hat nämlich jetzt den Fünffach-Zoom und kommt dadurch näher ans Geschehen heran. Gerade wenn wir jetzt noch digital 15-fach vergrößern, wird der Unterschied am auffälligsten. Denn hier hat das iPhone 16 Pro definitiv mehr Details. Und das ist bei der Kamera übrigens der größte Unterschied zum iPhone 16. Denn dieses kann bis zum Zweifach-Zoom gut mithalten. Danach hat das Pro beim Zoom aber natürlich mehr Details. Und das betrifft nun auch Fotos im Ultraweitwinkel. Denn das 16 Pro knipst hier jetzt ebenfalls mit 48 Megapixel und ist damit allen anderen Modellen in unserem Test bezogen auf den Ultraweitwinkel voraus. Hier gut zu sehen beispielsweise am schärferen und detailreicheren Blätterwerk des Baumes. Bei den Porträtfotos sind uns da schon eher Unterschiede aufgefallen. Gerade wenn man da jetzt auf die Brillenbügel schaut. Denn ab dem iPhone 15 Pro werden diese zuverlässig erkannt. Davor sieht es eher mau aus. Auch wenn der Weißabgleich hier etwas schwankt, sehen die Porträts ansonsten bei Tag sehr ähnlich aus. Gerade auch, wenn man sich den unscharfen Vordergrund mit der Pflanze anschaut. Wenn ihr Selfies mit der Frontkamera macht, fallen auch wieder Unterschiede in der Genauigkeit des Porträtmodus auf. Schaut euch hier mal die Haare von Jan an. Beim 13 Pro und 14 Pro werden die regelrecht abgeschnitten. Erst ab dem iPhone 15 Pro werden auch hier einzelne Haare sichtbar. Jetzt geht es in die Nacht und auch wenn die Ergebnisse hier auf den ersten Blick schnell gleich aussehen können, gibt es doch Unterschiede. Zoomt man hier bei der Hauptkamera mal auf die andere Kanalseite, sieht man ab dem iPhone 15 Pro deutlich weniger rauschen. Krasser sind die Unterschiede noch beim Ultraweitwinkel. Denn wenn ihr hier auf den rechten Busch achtet, haben wir ab dem iPhone 15 Pro auch wieder deutlich mehr Details. Beim Zoom in der Nacht hat das iPhone 16 Pro mich positiv überrascht, denn der Fünffach-Zoom kommt echt gut mit wenig Licht aus. Die Qualität der Fotos beim iPhone 13 Pro bei Nacht, die fällt da schon eher ein bisschen negativer auf. Also da gab es auf jeden Fall nochmal einen Sprung nach oben beim 14 Pro und beim 15 Pro. Porträts im Dunkeln können bei Apple übrigens nur die Pro-Modelle machen. Beim iPhone 16 kann man zwar auch bei Nacht den unscharfen Hintergrund haben, aber die Bilder werden ohne jeglichen Nachtmodus aufgenommen und sind somit sehr dunkel. Hier kann also selbst ein iPhone 13 Pro das iPhone 16 schlagen. Allerdings muss man sagen, dass die Bildqualität ab dem iPhone 14 Pro nochmal zugenommen hat. Bei nächtlichen Selfies fällt das iPhone 13 Pro wieder negativ aus. Die Bilder sind grünstichig und rauschen ordentlich. Ab dem 14 Pro sehen die Selfies dann besser aus, da hier auch überall die gleiche Linse verbaut ist. Beim Thema Video unterscheiden sich die Ergebnisse ab dem 14 Pro ehrlich gesagt nicht mehr so sehr voneinander. Das iPhone 13 Pro ausgenommen, es hat den Kino-Modus nur in Full HD und ohne Action-Mode eine schlechtere Videostabilisierung. Ab dem iPhone 15 sind mit Log-Aufnahmen und ProRes in 60 FPS definitiv mehr Profi-Features ins iPhone gekommen, wo wir aber auch sagen müssen, dass das nur von den wenigsten wahrscheinlich genutzt wird. Das iPhone 16 Pro hat im Videomodus jetzt aber ein paar Goodies für uns, denn es unterstützt jetzt 4K in 120 Frames pro Sekunde. Vorher waren das nur 60. Neu ist beim iPhone 16 Pro auch das verbesserte Mikrofon. Es kann sprachräumlich besser erkennen und ermöglicht so auch das neue Audio-Mix-Feature, bei dem man im Nachhinein festlegen kann, wie gerichtet der Sound sein soll. Wenn ihr aber noch mehr zum Thema Kamera erfahren wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal, denn wir machen natürlich demnächst wieder auch unseren alljährlichen Kameravergleich zwischen den aktuellsten Android-Geräten und dem neuen iPhone. Sollte man jetzt zum neuen iPhone 16 oder 16 Pro greifen? Ich sage nein, denn vielleicht habt ihr es gar nicht gemerkt, das hier ist ein iPhone 15 Pro und das sieht nicht nur fast gleich aus, es kommt auch nahezu mit den gleichen Features. Wie erwähnt, halten wir Camera Control für überschätzt. Auch auf uns wirkte der neue Button zunächst wirklich spannend, aber man braucht ihn definitiv nicht. Und dann muss man sich wirklich überlegen, was das iPhone 16 eigentlich mehr zu bieten hat, als die Vorgänger. Also Apple Intelligence kann es eigentlich nicht sein. Das iPhone 15 Pro hingegen kommt ja ebenfalls noch mit den abgerundeten neuen Kanten. Das sieht immer noch super cool aus, auch der Titan-Look. Es hat den Action-Button im Gegensatz zum iPhone 16 120 Hertz, ein Always-On-Display, eine zusätzliche Telelinse, eine minimal bessere Akkulaufzeit, die Möglichkeit, bei Nacht Portrillebilder zu machen und ihr könnt Apple ProRes Pro Raw Footage erstellen. Und es kostete zu dem Zeitpunkt, wo wir die Preise verglichen haben, gerade mal 30 Euro mehr als das iPhone 16. Also wer ein möglichst neues, modernes iPhone haben möchte, das zu gegebener Zeit dann auch Apple Intelligence unterstützen kann, der greift wirklich besser zum direkten Vorgänger. Oder behaltet es einfach, wenn ihr es bereits besitzt. Das iPhone 16 Pro bietet zwar etwas mehr Display, 4K mit 120 FPS und, okay, ja, den deutlich besseren Akku. Alle anderen Neuerungen, wie beispielsweise mit 10 Watt schneller über MagSafe laden, die sind unserer Meinung eher zu vernachlässigen. Es klingt komisch, aber eigentlich macht kein iPhone der 16er Reihe wirklich Sinn. Das iPhone 16 ist zwar immer noch der bessere Deal innerhalb der 16er Reihe, das war letztes Jahr noch anders. Das iPhone 13 Pro und 14 Pro, das sollte nur in Erwägung gezogen werden, wenn ihr definitiv kein Interesse an Apple Intelligence habt, Lightning kein Problem darstellt und einige Leckerchen wie Action-Button und sowas wirklich nicht kaufentscheidend für euch sind. Ansonsten macht auch das iPhone 14 Pro beispielsweise gute Fotos. Es hat ein Always-On-Display, es hat die Dynamic Island, die Unfallerkennung ist mit an Bord. Für wackelfreie Filmaufnahmen der Action-Modus. Und es wird mit 2000 Nits wirklich genauso hell wie die aktuellsten iPhones. Wie ihr es vielleicht schon gemerkt habt, fällt das iPhone 13 Pro hier ein bisschen raus. Zur Kamera fallen hier jetzt schon größere Unterschiede auf. Es hat keine Dynamic Island, kein Always-On-Display und macht daher vielleicht jetzt nicht mehr so viel Sinn. Zum Schluss aber noch ein kleiner Spartipp und bevor ihr jetzt gleich sofort abschaltet, wenn ihr das Wort gebraucht hört, wartet kurz ab. Denn wir haben in der Vergangenheit wirklich diverse Refurbished-Portale getestet und sowohl exzellente als auch sehr gute Zustandskategorien bieten euch teilweise nahezu neuwertige Geräte, bei denen ihr richtig sparen könnt. Wenn ihr zum Beispiel noch ein iPhone X oder älter habt und ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, dann könnt ihr beispielsweise bei unserem Testsäger Swoppy, nein, das ist keine Werbung, ein iPhone 13 Pro im bestmöglichen Zustand für 600 Euro bekommen. Meistens haben diese Geräte dann bei Swoppy sogar noch einen Akku, der noch über 95% Batteriekapazität hat. Wir hatten teilweise sogar ganz neue Akkus mit drin. Aber selbst das iPhone 15 Pro kostet mit 256 GB Speicherplatz im exzellenten Zustand gerade mal 30 Euro mehr als ein neues 128 GB Modell in unserem Preisvergleich. Das war unser iPhone-Vergleich 2024 und genau wie im letzten Jahr kann ich eigentlich nur das hier empfehlen, das iPhone 15 Pro. Das finde ich ist irgendwie der cleverste Deal. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, wofür ihr euch entscheiden würdet und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.